Ich finde und zwar Swedish House Mafia zusammen mit The Weeknd Mob to Flame jetzt auf der Bremen 4 Playlist. Ich rufen, stelle den Timer und mache dann nochmal ganz kurz für diese Ziegen. Höchstwerte 12 Grad in Barnemünde bis 20 Grad in Bad Bentheim. Soweit der Überblick, weiter geht's mit Tim Krohn. Die EU, die hat ja Mittler... Es gab Widerstände zu überwinden. Die Non-Ordination ist enttappt. Und 1000 Menschen im Ort daneben, zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt. Die gleichen Regeln trug das gleiche gelb-braune Gewand. Das war für euch denn das war morgen mit Elke und mit Jens am Spitznamen Donnerstag. Ja, wir haben leider gar keine Spitznamen, haben wir gerade festgestellt. Also irgendwann... Die Woche zu wenig, wenn sie auf einer Afterbahn... ...lächstes Sanktionspaket gegen Russland zu erläutern. Von der Leyen will nicht über den Aggressor, sondern... ...lächstes Sanktionspaket gegen Russland zu erläutern. ...lächstes Sanktionspaket gegen Russland zu erläutern. Und es reichte Gott. Er schickte ihnen einen genialen Anführer, Mose. Ich gebe jeden Donnerstag einen Vortrag und... ...die Stille macht mir Angst und glaube... ...die Stille macht mir Angst, dass ich nicht so viel... ...wennst du meinst, dass ich nicht so viel... ...dass ich nicht so viel... ...dass ich nicht so viel... ...dass ich nicht so viel...